Der Winter ist vorbei, vorerst. Jetzt geht es erstmal wieder aufwärts. Morgen ist es zumindest trocken. Doch es ist längst noch nicht Zeit, die Winterkleidung einzumotten. Am Donnerstag mehr Wolken als Sonne. Dafür ist es aber wieder trocken und auch etwas milder. Der Morgen beginnt mit minus 3 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Werte bis auf 8 Grad. Die Nacht auf Freitag wird frostig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die weiteren Aussichten. Der Freitag wird noch wesentlich milder und sonnig. Am Samstag dagegen wieder etwas kühler und es fällt vor allem am Mittag auch wieder Regen. Der Sonntag ist noch kühler, aber dafür wieder freundlicher.